Ah, gut wie und willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins 100% Run. Gerade jetzt mal nicht auf schwer, denn wir starten offiziell durch mit den Challenge Maps. Ich hab nur den falschen gewählt, irgendwie. Oder? Ach nee, doch nicht. Entschuldigung, ich hab einen Fehler gemacht. Der zählt nämlich schon die Medaillen von dem Trainingsmodus dazu, aber ich sagte ja, dass wir den separat machen. Den integriere ich in die Hauptstory, also nicht wundern, wenn sich die Medaillenanzahl ändert. So wie wir sehen können, wir haben die drei Charaktere Batman, Deathstroke und Bruce Wayne. Initiation, ne? Wir haben auch hier wieder verschiedene Skins, wie ihr sehen konntet. Also so sah er aus, als er in dieses Kloster ging. Bei diesem DLC wird es auch später noch ein paar Mini-Cutscenes geben bei seinem Pack. Aber wir kümmern uns jetzt um das mit Batman. Und da wir eh genug zu tun haben, starten wir die erste Reihe unserer Challenges. Wieder aus der Sicht mit seinem normalen Skin. Ich will mal ganz kurz noch was schauen im Krafttraining. Gut, wir haben die anderen jetzt auch freigeschaltet, die den noch verhielten haben. Aber das machen wir, wie gesagt, bei der nächsten Aufnahme steht ja 36 Medaillen, also nicht wundern. Wir fangen also an jetzt mit den Rangkarten, die sind für uns relevant. Anders als bei Arkham City sind nicht alle freigeschaltet, auch nicht durch Riddler. Stattdessen fürs Durchspielen der Story gibt es die Hälfte der Karten. Die andere Hälfte muss man in die Herausforderungskampagnen schließen. Das heißt, wir werden das nochmal im Wechsel spielen. Hier sind die heruntergeladenen Karten, die kamen alle über das Season Pass. Da ist ordentlich was dabei. Und dieselbe Anzahl für Maps sind für Deathstroke und für Bruce Wayne vorhanden. Und natürlich auch wieder mit anderen Konditionen. Wir beginnen jetzt erstmal ganz gleich mit den Kampfkarten. Ich werde trotz alledem jedes Mal immer sagen, willkommen zu einer weiteren Folge und so weiter. Weil ich das in ein getrenntes Video packe. Intensives Training und ich schaue mir dann auch immer anschließend an, was die einzelnen Konditionen für alle drei Trophäen sind. Für alle drei Medaillen. Hier heißen sie jetzt wieder Trophäen, keine Batman-Medaillen. Das war ein kleiner Rückschritt. Aber da ist nicht weiter tragisch, nicht weiter schlimm. So, wie ihr sehen könnt, 40.000. Dann hätten wir alle anderen. 10.000 für die erste, 20.000 für die zweite. Das ist der erste. Das dürfte easy peasy sein. Vier Runden gibt's. Es gibt natürlich auch wieder Bonus, wenn man nie getroffen wurde, wenn man immer eine perfekte Freeflow-Kombo hatte. Wir übernehmen alle Upgrades und Gadgets aus der Mainstory. Und das war die erste Runde. Hier haben wir ein bisschen Variationen reingepackt. Ja, also wie gesagt, alle Gadgets und so weiter aus der Hauptstory werden hier mit übernommen. Das heißt, wenn euch ein Upgrade fehlt, dann kriegt ihr das hier eher. Was ich noch sagen wollte, ist folgendes. Oh nein! Jetzt hab ich die Combo unterbrochen. Was soll ich noch sagen? Genau. Wenn man bei den schlimmsten Albtraum-Herausforderungen, das waren die Schleich-Herausforderungen, wenn man da bis Stufe 10 gekommen ist, kann man eigentlich alle Sachen erledigen. Alle Challenges spielen. Weil dann hat man alle Gadgets bereit. So, machen wir's mal so, machen wir's mal so. Bei euch alle. Ich muss ein bisschen mehr Variationen reinbringen, hab ich gemerkt, damit meine Combo hochgeht. Jetzt haben wir noch die Schock-Handschuhe. Und hier steig ich wieder das Dach. Ich hab nach Runde 3... Na gut. Bei so billigen Peanuts-Gegnern ist es ein bisschen schwierig, so eine hohe Combo-Ansatz zu bekommen. Jetzt darf ich natürlich nur nicht mehr getroffen werden. So, die schrill ich so. Oh, das war knapp. Ich könnte noch ein Waffen-Zeich-Rottenmann machen, ne? Machen wir das mal. Das gibt ein bisschen mehr Variationen und ein bisschen mehr Punkte. Aber ich denke trotzdem, wir schaffen es. Vorausgesetzt, ich mach jetzt keinen Scheiß-Dreck. Na, da haben wir's doch. 40.000. Oh, was hab ich gemacht? Ach so, das seht ihr als Schnellfeuerungs-Gadget. Das wär sonst ein schöner Bonus gewesen. Hey! Jetzt hat er mich doch noch erwischt. Mit einem Schlag hab ich tausend Punkte verloren. Weil es gibt nämlich tausend Punkte Bonus, wenn man nicht getroffen wird. Egal. Das war auf jeden Fall die erste Herausforderungskarte.